Ja, herzlich willkommen zum neuen Business Impulse Podcast. Heute bei mir ist David Sulkowski, Geschäftsführer der Hannover Indiens. Hallo David. Ja, hallo Carsten. David, du bist jetzt Geschäftsführer eines Eishockey-Clubs, aber vielleicht erst mal kurz vorweg, stell dich doch einfach vielleicht mal selber vor, wer ist der David privat, wer ist der David beruflich? Ja, du hast es ja schon gesagt, mein Name ist David Sulkowski. Ich bin 37 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine Tochter, die ist 12 Jahre alt. Und wir leben ja schon seit längerem in Hannover und meine Position oder was ich im Moment als Beruf ausübe, ich bin der Geschäftsführer von den Hannover Indiens. Das ist der stadtbekannte Eishockey-Verein, der hier am Pferdeturm vor Ort in Hannover sozusagen seine Spielstätte hat. Du bist jetzt Geschäftsführer der Indiens seit anderthalb Jahren. Wir kennen uns ja jetzt seit anderthalb Jahren. Wir oder ich mit meiner Firma bin jetzt ja schon auch acht Jahre Business Partner der Indiens. Und aus deiner Sicht, was ist das Besondere an den Hannover Indiens? Ja, was ist Besonderes an den Hannover Indiens? Ich glaube, es gibt nicht ein einziges Besonderes oder ein einziges Merkmal, was die Indiens so besonders macht. Ich meine, wir haben jetzt auch viele Stunden, viel Zeit miteinander schon verbracht und es ist immer was Intensives. Es hat immer gleich was mit Leidenschaft, mit Emotionen zu tun. Aber ich glaube, das Besondere ist, dass es was zu mitmachen ist, dass man erlebt was mit und es reißt einfach auch mit. Es ist schwierig, da einfach nicht oder einfach da emotionslos zu bleiben, sobald man irgendwie in Kontakt ist mit uns, mit den Hannover Indiens, wenn man am Spieltag ist. Oder man muss es einfach miterleben und es geht einfach unter die Haut. Es ist nicht nüchtern zu betrachten, es ist nicht neutral, sondern es hat immer irgendwas, einen besonderen Charakter. Es ist nicht so mit Worten einfach zu beschreiben, aber es hat immer irgendwas Besonderes. Das, was mit sich zieht und was die Kreise so um sich schlägt. Aber für jemanden, der jetzt, was weiß ich, die Indiens überhaupt nicht kennt, vielleicht auch nicht mal aus Hannover ist, wie würdest du es beschreiben, was erlebt man, wenn man ein Spiel der Hannover Indiens im Stadion besucht? Ja, also wer jetzt auch nicht sportaffin ist oder wer jetzt nicht irgendwie direkt was mit Eise zu tun hat, für den hast du natürlich recht, ist das natürlich erst was eine Unbekannte. Das Besondere ist, wenn man ins Stadion kommt, das ist ein traditionsreiches Eisstadion, das noch an der Seite halb offen ist. Es ist sehr, sehr gut besucht. Wir hatten jetzt dieses Jahr einen Zuschauerschnitt von fast 3000 Besuchern hatten wir und es ist eine sehr, sehr besondere Atmosphäre. Das Licht geht aus. Im Mitte des Stadions ist ein Marterfall, der wird besonders beleuchtet. Es gibt eine Einlaufshow und allein, wenn dann die Wunderkerzen erleuchten, dann ist das schon ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Und bevor dann das erste Drittel und das zweite Drittel im Spiel vorbei ist, ist man einfach noch gebannt oder man ist noch in diesem Bann dieser ersten Atmosphäre. Und dann merkt man natürlich die Fangesänge, die sind sehr, sehr nah. Es ist einfach, es regt an zu mitmachen. Du hast es gerade gesagt, im Schnitt sind 3000 Zuschauer pro Spiel. Das ist ja eigentlich weit über dem Schnitt der dritten Liga, in der die Indians jetzt hier spielen. Wie kommt das? Ja, ich glaube, das ist einfach damit, hat es in Verbindung, dass Hannover oder das Eishockey oder die Spielkultstätte in Hannover ist schon sehr, sehr lange da vor Ort. Und dadurch, dass immer wieder von Initiativen, von Fans, von Personen, dass da immer wieder aus den eigenen Reihen viel gemacht wird, dass man viel dafür tätig ist, dass man viel, man macht einfach sehr viel. Und das ist, glaube ich, was diese große Verbundenheit zu diesem Verein bringt und was dieses Besondere dort ausmacht. Viele sagen ja auch, die Indians sind des St. Pauli des Eishockeys. Würdest du das unterschreiben? Ich glaube, da würde ich genau auch den Haken so hintersetzen. Ich war vorher, bevor ich bei den Indians gewesen bin, auch noch nicht bei St. Pauli. Letztes Jahr war ich dann direkt am Müllern-Tor. Und so, wie ich das bei der Stadionführung mitbekommen habe, glaube ich, sehen wir das Spiegelbild. Bloß, dass wir keinen Ball haben, sondern es sind Puck und Kufen da sind. Aber ich glaube, dass der Charakter sehr, sehr ähnlich ist. Du bist jetzt, hatten wir gerade gesagt, seit anderthalb Jahren Geschäftsführer bei den Indians. Wie fällt so dein persönliches Fazit dieser Zeit aus? Was ist so passiert in der Zeit? Ja, also mein persönliches Fazit ist, glaube ich, es ist einer mit der Zeit, oder nicht der Zeit, sondern auch Zeit. Aber ich glaube, das ist mit einer der intensivsten Phasen bis jetzt in meinem Leben gewesen. Das ist natürlich einmal die große Umstellung, die auf einmal jetzt dann mit sich gekommen ist, dass ich den neuen Job habe, also eine neue Position ausgeführt habe. Es ist sehr viel Zeit, es ist sehr, sehr intensiv. Ich bin weniger zu Hause, habe weniger mit der Familie zu tun. Aber das Besondere ist, dass einfach man mit so vielen Menschen zu tun hat, die eigentlich auf der einen oder anderen Weise auch das gleiche Ziel, wie man selbst, verfolgt. Und dadurch, dass man nicht direkt irgendwie etwas verkauft oder irgendwas unter jemandem, ja, wie würde ich es jetzt betiteln? Es ist jetzt nicht so, dass man ein Produkt hat oder ein etwas gefertigtes, dass man jemanden verkaufen möchte, sondern wir haben Emotionen, wir haben Leidenschaft. Und das ist einfach auch, was zum Alltag gehört. Wir haben was mit Vergnügen zu tun. Und das ist so ein bisschen, was, glaube ich, im Alltag etwas zu kurz kommt, dass bei vielen Sachen, also ich glaube, also ich rede jetzt von mir, das ist meine reine subjektive Meinung, dass wir uns nicht genug Zeit für uns selbst nehmen und auch für die angenehmen Dinge des Lebens. Und ich glaube, da können wir ganz, ganz, ganz stark punkten oder die Hannover Indians oder so, wie bei uns das ist, dass wir einfach Spaß bringen. Jeder, der immer, mit dem ich in Kontakt bin, der hat viel Spaß und der weiß ganz genau, ach Mensch, da war ich jetzt letztes Jahr oder vor acht oder vor zehn Jahren und es hat immer so ein bisschen was sehr, sehr Sympathisches, was mit sich bringt. Das ist ja auch, der Stadionbesuch ist ja immer ein Erlebnis. Man verkauft ja eine Erlebnissituation dort. Und es gibt ja eben auch unheimlich viele Fans, die ja seit ewigen Zeiten dabei sind. Also ich kenne da Leute, die seit 40 Jahren eine Dauerkarte haben. Das ist ja schon mal ganz ungewöhnlich, dass man sowas hat. Auf jeden Fall. Also ich freue mich jedes Jahr, wenn der Dauerkartenverkauf wieder anfängt. Dann kommen die Leute und die erzählen dann immerweil nochmal eine neue Geschichte. Ich habe jetzt schon die eine oder andere Geschichte gehört, aber dass jetzt noch früher kein Halt im Dach gewesen ist und dass eine Schneeballschlacht unter den Fans schon mal stattgefunden hat oder dass, wenn es dann besonders kalt gewesen ist, dass man sich eng miteinander aneinander gestellt hat, dass man den Grühwein mitgebracht hat. Also es gibt sehr, sehr viele Geschichten und sehr, sehr viele Erlebnisse, die immer wieder aufs Neue irgendwie auch miterlebt werden. Sind das Gründe, warum dir der Job Spaß macht? Definitiv, ja. Da gehört schon eine Menge dazu. Aber du hast es selber gesagt, so ein Job, den du jetzt machst als Geschäftsführer der Hannover Indiens, kostet sehr viel Zeit. Du bist sehr viel in den ganzen Netzwerken hier in Hannover unterwegs. Daher kennen wir uns auch sehr viel, weil ich das eben auch mache. Und bist bei ganz vielen Veranstaltungen. Man sieht dich wirklich überall. Mensch, der David, der Indianer ist auch schon wieder da. Warum tust du das? Was bringt das für dich persönlich? Was bringt es für die Indiens? Ja, auf der einen Seite natürlich ist es für uns so, dass es ist eins natürlich unsere Strategien, dass wir sehen, wir bringen Leute in sozusagen eine andere Gefühlsebene. Wir bringen Leute immer was Positives und wir bringen den Leuten was Nettes bringen wir das. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich das auch natürlich auf die Fahne geschrieben, dass wir Unternehmen miteinander verbinden möchten. Das bedeutet natürlich auch, dass der Kontaktkreis oder der Bekanntheitskreis dementsprechend hoch sein muss. Es bedeutet, der Zeitaufwand hat natürlich in der Einrichtung was damit zu tun, weil wir müssen oder wir wollen die Unternehmen kennenlernen. Wir wollen wissen, was macht ein Unternehmen? Was ist zum Beispiel, was ist die Stärke? Was ist das Ziel des Unternehmens? Und aufgrund dessen muss man die Leute oder die einzelnen Unternehmen, Personen persönlich kennenlernen. Auch natürlich, das ist nicht mit einmal sehen, mit einem Gespräch abgetan, sondern es ist immer ganz schön, die Leute nicht an ihrem Arbeitsblatt vor Ort zu sehen und dort dann auch sich mal über das Unternehmen zu unterhalten, sondern einfach mal auch an einer anderen Stätte, an einem anderen Ort, weil da einfach auch dann ein bisschen eine andere Perspektive des eigenen Unternehmens gesprochen wird. Das ist eine lockere Atmosphäre, wenn ich jetzt dann doch in einem Unternehmen bin und mich dann dort mit dem Geschäftsführer, mit dem Chef unterhalte, dann ist das noch immer ein bisschen, hat einen anderen Charakter. Ich sehe das also genauso ähnlich wie bei uns im Stadion. Wenn der Besuch bei uns jemand, wenn jemand bei uns ins Stadion kommt, der hat dann nicht die Krawatte und seinen Anzug an, sondern kommt wirklich in seiner Freizeitkleidung oder gut gekleidet für den Winter und er ist einfach in einer ganz anderen Gefühlslage. Und das finde ich besonders wichtig, dass man auch, oder das ist meine Erfahrung, dass viele einfach wirklich für ihr Unternehmen brennen und sehr, sehr leidenschaftlich bei der Sache sind und das meistens aber nicht so zum Ausdruck bringen. Deswegen macht das eigentlich auch so viel Spaß, weil viele Leute einfach mal auf sich herauskommen. Ist das ein entscheidender Faktor, dass man so, wenn die Leute, du sagst gerade, jetzt nicht im Anzug und Krawatte dort stehen, sondern stehen in ihrer Freizeitkleidung dort, man hat ja mehr ein bisschen Freizeitaspekt, aber es ist natürlich doch wieder Business, wenn man sich zum Beispiel im VIP-Zelt trifft. Ist das ein Vorteil, um die Menschen schneller zueinander zu bringen? Ja, auf der einen Seite ist ja oft so, dass das Kleidung oder dass die Position nicht gleich erkennen lässt, wer welche Position macht und dass es erstmal um das Persönliche geht. Also dass man erstmal sieht, man hat eine Leidenschaft oder man hat jetzt am Eishockey den Sport oder das Event oder das Erlebnis, was man miteinander teilt. Und dort ist natürlich dann der Faktor, dass man auf einer ganz anderen Ebene ist. Alle sehen gleich aus, alle fühlen sich gleich. Und das ist natürlich für den Kontakt oder für den Erstkontakt, bin ich der Meinung, es ist ein sehr, sehr guter Start, wenn sich dann natürlich herausstellt, dass natürlich der eine oder andere ein Partner sein könnte, mit dem ich natürlich, oder den ich schon mal kennenlernen wollte, mit dem ich was zu tun haben wollte, umso besser. Aber es geht ja manchmal darum, nicht direkt sich zu sagen, so jetzt möchte ich hier mit dir was machen oder ein Geschäft machen in der Richtung, sondern es geht ja einmal darum, dass man sagt, was kann man hier gemeinschaftlich oder wen kann ich empfehlen? Das ist dann, glaube ich, eher der Fokus. Und denke ich mal über die Langfristigkeit und dann, dass man einfach diese gemeinsame Verbundenheit hat oder dass man, weil wir spielen einmal die Woche, haben wir ein Heimspiel in der Saison und man verbringt dann doch schon teilweise viermal die Woche miteinander, dreieinhalb bis vier Stunden. Und es ist aber ein sehr, sehr angenehmer Part. Und deswegen geht es dort direkt erstmal auch nicht um den Business Part, das wird dann an anderer Stelle weitergeführt. Okay, blenden wir, machen wir jetzt mal den Werbeblock. Warum sollte sich ein Unternehmen bei den Indiens engagieren? Das Ganze in drei Sätzen. In drei Sätzen? Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Warum soll ich mich bei den Hannover Indiens engagieren? Das eine ist einmal natürlich, der Standort Hannover, der soll gestärkt sein. Auf der anderen Seite, ja, okay, wir machen weitere zwei Sätze. Okay. Der Standort Hannover soll gestärkt werden. Es ist ein Ort, der Leuten viele Freude bringt. Und es ist eine gute Plattform, neue Unternehmer, neue Unternehmen kennenzulernen, um sein eigenes Netzwerk zu erweitern. Das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich nur bestätigen. Okay, kommen wir mal so ein bisschen mehr zu dem Sportler David Solkowski, der du ja vorher warst. Du warst ja viele Jahre vorher selber Eishockey-Spieler, bist jetzt vom Eis auf die andere Seite der Bande gewechselt. Erst einmal, könntest du überhaupt noch ein Leben ohne Eishockey vorstellen? Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite? Ja, im Augenblick kann ich mir das schwer vorstellen. Es ist natürlich eine sehr, sehr radikale Umstellung gewesen. Ich muss sagen, teilweise ist es auch, dass ich auch wirklich in der Nacht nochmal aufwache und sage, so, jetzt wäre ich bereit, aufs Eis zu gehen. Aber ja, man ist nicht ewig jung. Man kann nicht ewig seinen Körper hinhalten. Aber aktuell könnte ich es mir eigentlich so nicht vorstellen. Wie war denn so für dich die Umstellung vorher als Spieler? Hast du, ich glaube, 17 Jahre oder wie lange hast du auf dem Eis gestanden als Profi? Und jetzt plötzlich, denn du bist ja eigentlich als Spieler bei den Indiens angefangen und dann haben sich Dinge verändert einfach mit einer Verletzung und bist dann plötzlich auf die andere Seite der Bande gewechselt. Ja, ich war 17 Jahre Profi, war ich in der DEL, war ich. Ich habe 17 Jahre dort gespielt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon mit sechs Jahren angefangen, Eishockey zu spielen. Seit dem zehnten Lebensjahr war ich, glaube ich, gefühlt jeden Tag im Eistadion. Es gab wenige Tage, in denen ich nicht in einem Eistadion verbracht habe. Zwischen Schule und Eishockey-Training ist dann zwischendurch, gab es natürlich immer einen Wechsel. Jetzt natürlich nach der Zeit, am Anfang war es eine sehr, sehr schwierige Phase, weil man hat mit den Spielern zu tun gehabt. Das sind sehr, sehr persönliche Gespräche, weil man hat auch privat eigentlich viel miteinander zu tun. Aber jetzt dann, wenn man auf einmal dann die Position des Arbeitgebers einnimmt, dann war das am Anfang nicht sehr einfach, weil man sich dachte, als Person hat man sich nicht verändert. Und die Spieler reden dann mit einem auf einmal anders. Der Satzbau, die Ansprache ist komplett anders geworden. Und man selber hat dann erst mal verdurzt geguckt. Ich bin ja eigentlich als Person gleich geblieben. Warum werde ich jetzt anders gesehen? Einfach nur, weil der Titel sich geändert hat. Und so wie es ist, der Titel hat einfach auch aus mir zu den Spielern eine andere Beziehung entstehen lassen. Ist jetzt auch natürlich auch sehr radikal gewesen. Fand ich aber dann auf der anderen Seite gut, dass es lieber radikal ist, als ein schleichender Prozess gewesen ist. Aber mittlerweile habe ich mich, glaube ich, so mit der Situation sehr gut abgefunden. Haben sich die anderen Spieler, deine ehemaligen Kollegen, oder jetzt im Endeffekt sind es jetzt ja deine Angestellten, also zumindest auf dem Papier, haben die sich damit abgefunden? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, viele von den Spielern jetzt aktuell bei uns, die kennen mich nicht als aktiver Spieler. Das eine oder andere, denke ich mal, hat man sich mal schlau gemacht, wer ich bin, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Aber ich glaube, mittlerweile haben sich viele damit abgefunden, dass man sagt, okay, das ist jetzt unser Geschäftsführer, das ist ja mein Arbeitgeber. Und ich glaube, das ging jetzt vom letzten Jahr zu diesem Jahr nahtlos über. Du bist Geschäftsführer der Indiens und wer die Indiens hier in Hannover kennt, weiß, dass das einmal natürlich ein Eishockey-Verein ist, allerdings aber auch eine sehr emotionale Marke mit ganz vielen Fans drumherum, die alles, was die Indiens machen, in welcher Fall auch immer, ja sehr kritisch beäugen. Und als du jetzt als der neue Chef, man muss natürlich, wer die Indiens nicht kennt, muss dazu wissen, es hat dann eine Insolvenz gegeben, dann hat es einen neuen Geschäftsführer gewesen und so weiter und so fort. Also sehr viel drumherum. Da hast du natürlich sehr im Fokus gestanden. Anfangs mit viel Kritik, aber das ist immer so. Aber ich glaube, inzwischen haben sich die Wogen doch geglättet. Wie siehst du so die Situation? Ja, genauso wie du es gesagt hast. Ich denke mal, die Problematik ist natürlich, dass jetzt eine neue Person irgendwie dort vor Ort ist und die sehr präsent ist, die jeden Tag da ist, der natürlich auch Wert, okay, ich muss auch sagen, der auch Wert darauf legt, dass man ordentlich gekleidet ist, weil man natürlich eine Vereine, Institution repräsentiert. Das war so bei den Vorgängern nicht so, habe ich da mitbekommen. Es ist dann ein Change entstanden, der für viele Leute was Ungewohntes, ein ungewohntes Erscheinungsbild. Da ist eine jüngere Person da, da ist jemand da, der Eishockey gespielt hat, aber auf der anderen Seite eine unbekannte. Und so wie wir es alles kennen, Veränderung ist natürlich für viele erst natürlich eine Erneuerung, die natürlich erst mal Angst hervorgibt. So wie ich es auch gehört habe damals, nach der Insolvenz war ein sehr, sehr großes Fanengagement. Es wurde sehr viel Geld gesammelt. Und deswegen auch diese erste Unsicherheit habe ich auch verstanden. Also es gab dann eine sehr, sehr große Aussprache. Oder bei einem Fan-Stammtisch gab es auch viele, viele kritische Fragen, die man natürlich so, und da ich relativ neu oder frisch im Amt gewesen bin, auch noch nicht so richtig beurteilen konnte. Aber ich denke mittlerweile, haben wir da ein gutes Verhältnis zueinander. Es sind natürlich viele Stellschrauben, die wir natürlich immer wieder gerne nochmal neu ansprechen, nochmal ändern müssen. Aber ich denke mal, dass wir langsam so zusammenwachsen und dass wir da was Schönes aufbauen. Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich das eben auch sagen. Hast du wegen der ganzen Situation und diesem ganzen neuen Job schlaflose Nächte gehabt oder hast du die eigentlich immer noch? Also schlaflose Nächte sind der eine oder andere Tag, der war es schon, muss ich sagen. Den hätte ich mir dann doch gesagt, dann wäre ich mal lieber zu Hause geblieben. Aber ich denke mal, das gehört zum Job dazu. In der Zeit, in der ich aktiv gewesen bin, waren es dann auch Spieltage, wo ich gesagt habe, hätte ich mir heute lieber was anderes gemacht. Aber das gehört nun mal dazu. Auch die schlaflosen Nächte, das ist halt nicht einfach abzulegen, dass man das auch selber alles meistens sehr, sehr persönlich nimmt. Ich versuche es ab und zu mal jetzt noch ein bisschen abzulegen, aber ich nehme meistens Sachen sehr persönlich. Aber ich denke mal, das gehört einfach zu diesem Job dazu. Ja, wenn man mit Herzlut dabei ist, dann glaube ich, ist das eben halt so. Wie motivierst du dich so jeden Tag aufs Neue? Was treibt dich an? Oder gibt es für dich auch Momente, wo du sagst, heute bleibe ich lieber liegen? Ja, was mich motiviert, ist natürlich, dass ich weiß, dass es jeden Tag eine neue Herausforderung gibt, dass neue Aufgabengebiete auf mich warten. Und das ist eigentlich so, was die Herausforderung, die freut mich auch jeden Tag. Das motiviert mich, dass man sagt, Mensch, heute ist ein neuer Tag. Heute kann ich mir was Neues erreichen. Heute kann ich mir ein neues Ziel stecken. Und wenn ich dann am Ende des Tages meine Aufgaben abgearbeitet habe, ein schönes Häkchen dahinter setzen kann, das freut mich, dass ich einfach was bewegt habe, dass ich was verändert habe. Und an den Tagen, wo ich weiß, dass es etwas stagniert oder wenig zustande kommt, dann weiß ich, dass einfach der nächste Tag ein guter Tag dafür ist. Was oft ist, dass wenn der Tag auch morgens langsam beginnt und man denkt, dass heute ist eigentlich der Tag, wo man nichts erreicht, dass dann aber meistens dann zum Abend hin oder zum Ende des Abends dann irgendwie dann doch sagt, Mensch, heute habe ich doch eine Menge geschafft. Gibt es für dich bestimmte so Tagesrituale oder Routinen für den Tag? Wie sieht bei dir so ein typischer Tagesablauf als Geschäftsführer der Hannover Indians aus? Oder gibt es den typischen Tagesablauf überhaupt? Der typische Tagesablauf ist ja so, dass morgens, morgens ist das Familienfrühstück, es natürlich steht an erster Stelle, ist das dann, wenn die Frauen außer Haus gehen, dann darf ich den Hund ausführen. Und ja, dann geht es natürlich so, was ich natürlich mache, ich bügele dann meine Hemden oder ich bügele ein Hemd. Also du bügelst selber, ja. Ich bügele selber. Okay. Ich bügele selber und dann geht es natürlich ab in den Beruf. Dann geht es ab zum Pferdeturm geht es dann dort und dann wird erstmal natürlich aufgearbeitet, was am letzten Tag gewesen ist. Ich bin natürlich auch ein Freund, sich einen Kaffee gerne mitzunehmen und das ist eigentlich so, was mein Tagesritual beginnt. Arbeitest du mit Listen? Arbeitest du mit To-Do-Listen? Was ist mein Tag? Machst du dir vorher einen Plan? Was muss ich heute erledigen? Wo man dann wirklich so, wie du hast zwar eben gesagt, so ein Häkchen dran setzen kann? Ja, ich glaube, ich habe den einen oder anderen schon mal eine Liste von mir zugeschickt. Ich glaube, es ist eine Liste, aber die ist so in einem kreativen Chaos, die, glaube ich, nur ich entziffern kann, weil ich mir gerne auch bei Gesprächen oder bei Telefonaten kleine Notizen mache und die dann eher wie ein Griffithy-Kunstwerk aussieht. Okay. Aber es ist jetzt nicht wirklich, dass du dir eine To-Do-Liste für den Tag machst, das muss ich heute erledigen, zack, zack, zack. Also meistens habe ich eine Agenda, die ich mir aufstelle, die ist meistens aber in einer separaten Liste. Die wird dann irgendwie dann am nächsten Tag abgehakt, aber die kleinen Aufgaben werden einfach in meinem großen skizzierten Bild dann so abgebildet. Okay. Gibt es für dich so ein Motto, Mantra, Leitspruch, nach dem du lebst oder was für dich wichtig ist? Ja, also was auf jeden Fall, was für mich wichtig ist, was, also ich in meiner aktiven Zeit, wo ich Eisshäcke gespielt habe, habe ich mir die Kniescheibe gebrochen und da habe ich fast für acht Monate, habe ich keinen Eisshäcke mehr gespielt und es sah eigentlich bei mir so aus, dass ich nicht mehr Eisshäcke spiele und das war, wo ich 32 gewesen bin und da habe ich einfach gelernt, dass die Dinge sind nie so, wie sie sind, sondern sie sind so, wie man, was man aus ihnen macht. Ja, man muss, man muss einfach, man muss für seinen, ja, Erfolg ist mir relativ, aber man muss einfach für seine Ziele, muss man Zeit und Energie investieren und ich sehe das einfach sehr, sehr, ja, wie sagt man das, es gehört einfach dazu, wer was erreichen möchte, muss dafür arbeiten. Ja, das ist eigentlich so mein Mantra, das ist, was ich sage, wer was erreichen möchte, der muss die Zeit investieren und der muss auch dafür was tun. Ja, also von selbst fällt einem nichts in den Schoß, das sehe ich sehr, sehr klassisch, das führt einfach zum Erfolg. Du liest ja auch viel, das weiß ich und wenn du nur ein einziges Buch empfehlen würdest, was wäre das, worum geht es? Ja, ich bin Sachbücher, ich muss sagen, ich bin auf der anderen Seite, ich bin ein sehr, sehr fanatischer Freund von Sachbüchern. Ich wollte immer, ich wollte eigentlich immer Coach werden, ich wollte immer Trainer, aber nachdem ich dann ein BWL-Studium gemacht habe, schmückere ich da ab und zu mal auch in Kostenrechnungen und in solchen BWL-Geschichten, aber was ich wirklich so empfehlen kann, das ist der Talent-Code ist das und in dem Buch geht es einfach darum, dass niemand mit Talent geboren ist, sondern wenn man dementsprechend Zeit und Stunden investiert, dann kann man das erreichen, was man möchte. Okay, ich glaube, wir sind so am Ende und aber wenn wir das zusammenfassen sollten, bei uns, wir sind bei den Business-Impulse, was wäre dein Business-Impuls? Also mein Business-Impuls ist, ich habe es schon erwähnt, das heißt, die Dinge sind nie so, wie sie sind, sie sind immer das, was man aus ihnen macht. Perfekt. Ja, David, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Interview und freue mich auf die nächsten Spiele am Pferde, Tom. Ja, lieber Carsten, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir hier sein durfte und ich freue mich auch schon auf die nächsten Spiele. Das war die neue Ausgabe des Business-Impulse-Podcasts mit Indiens-Geschäftsführer David Zulkowski. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und würde mich über eine Rezension bei iTunes sehr freuen. Diese Rezension hilft, dass dieser Podcast in den iTunes-Charts höher gelistet wird und dementsprechend auch öfter angehören wird. Wenn Ihnen also diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie eine kurze Bewertung, fünf Sterne wären ganz schön, plus einen kurzen Kommentar. Dann hoffen wir, dass wir dir noch mehr Zuschauer, Zuhörer dafür gewinnen. Aktuell sind wir schon bereits in den Top 100 im Bereich Wirtschaft und würden uns natürlich freuen, wenn wir irgendwann mal in die Top 10 kommen. Daher bitte ich Sie um eine kleine Rezension bei iTunes. Vielen Dank. Das war das Thema. Untertitelung des ZDF, 2020